Ach, ihr lieben Yamatamis, ich weiß, warum ich die Taschentücher getauscht habe. Guck mal, da heulen es ja auch schon alle. Aber ihr seht die doch auch noch wieder, oder nicht? Haben wir nicht noch einen Termin, wo ihr dabei seid? Ich wollte gerade sagen, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Guck mal. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Eben, also wir müssen uns jetzt nicht so runterziehen lassen. Wir haben ja noch einen superschönen Song, oder Leute? Zum Schlimmung geben nach dieser traurigen Ballade. Ich bleibe hier stehen. Okay. Also, erstmal, ich glaube, ich spreche jetzt einfach mal im Namen von uns, von Yamatami. Es war eine super tolle Zeit hier. Wir danken allen Leuten, allen Fans. Wir danken dem Togo-Team, wir danken den Moderatoren, wir danken unserer Regie, unserem Ton da hinten. Also es waren wirklich super sechs Monate. Es war Hammer. Ich muss aufpassen, dass ihr sich anfangen zu weinen. Deswegen würde ich einfach sagen, am 9.9. erscheint unsere neue Single. Merkt euch das, wir hoffen, es gefällt euch.